Moin, hier ein neues video zur season 14 und zwar wieder das herausforderungsportal wo wir gucken was denn jetzt heute so ansteht. SSWD das ist schon mal cool und ja eindeutig Arachyr Firebat kann man so schon sehen. Ja okay der hat jetzt hier den Homunculus drin der ist für nix eigentlich zu gebrauchen. Der hat nur die Hunde. Aber grundsätzlich schon mal nicht doof geskillt. Wahrscheinlich irgendwie so ein Anfangsskill. Ja. Zum schneller laufen auch nicht schlecht. Ja okay die wichtigen Sachen hat er drin. Ja Moment. Heuschreckenplage hat er gar nicht drin. Ganz komisch. Nur die Heimsuchung. Ist das ein Schwachsinn. Naja okay wir probieren das einfach mal. Nochmal. Firebats auf der Maus rechts. Da. Verhexen. Piranha ist da. Wie konnte ich die nochmal verschieben? Ne. Wie zum Geil konnte ich da die... Alter wie kann man... Ich hasse es. Also ich wollte jetzt... Piranha ist okay. Feuerfledermäuse auf E. Ach das sind auch noch diese Fleder... Oh meine Güte. Mal gucken. Ein großer Hund. Boah. Okay. Geprockt. Ja die, die... Map ist schonmal scheiße, weil man da halt nicht weiß, wo man langlaufen muss. Ich habe auch keine, ähm, ja, na, Heuschreckenplage, sodass ich da nochmal mehr Schaden machen würde durch die Dingens, aber ich glaube, ich bin hier schon mal richtig gelaufen. Ups. Geil, ist gut. Geht's hier weiter oder nicht? Nee, scheiße. Das hätte ich mir sparen können. Geht's hier. Geht's hier. Geht's hier. Das ist echt gewöhnungsbedürftig, mit dieser Einstellung der Tasten zu spielen. Das geht mir richtig auf den Sack. Und ich weiß, dass man das irgendwo umstellen konnte. Ich weiß bloß nicht mehr, wo und wie. Aber das habe ich noch nie kapiert. Also immer versuchen abzusaugen. Dann Piranha zusammenziehen ist klar. Die, äh, oh, Macht schreien. Äh, die Feuerfledermäuse machen schon ordentlich Schaden. Das ist okay. Also von der Zeit her eigentlich kein Problem. Verhexen ist, jetzt könnte man, da müsste man Heuschreckenplage eigentlich reinnehmen. Anstatt für, ah, Phylon sind echt gut. Kanalisieren. Oh, Sackgasse. Scheiße. Hoffentlich geht's hier links weiter. Hoffentlich, 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 hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich. Jawoll. Ah, jetzt habe ich nicht abgesaugt, aber egal. Ah, jetzt habe ich nicht abgesaugt, aber egal. Ah, jetzt habe ich nicht abgesaugt, aber egal. Die Maps sind jetzt wirklich nicht so der Bringer hier. Verhexen ist auch noch die Kröte, ey. Oh, Leute. Was hat sich sowas ausgedacht, ey? Ah, gute Ebene. Aber oben geht's weiter. Packs wären mal wieder ganz gut, weil jetzt zum Schluss wird's doch knapp wiederum. Da ist noch was. Da ist noch was. Ja, das müsste reichen. Wenn ich nicht draufgehe. Okay. So. So. Boss ist da. Boss ist okay. Ja. Im ersten Anlauf. Ich persönlich finde, dass das jetzt einer der etwas einfacheren Portale war. Und, ähm, ja, man muss halt bloß nur mit der, äh, Tastenbelegung zurechtkommen. Und, ähm, ja, es geht aber. In der L-Gruppe ist das wahrscheinlich easy peasy. Und, ähm, naja. Gut. Somit. Achso, ja, gut. Okay, das kann ich dann nachher abholen. Gut. Okay. Bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge also in die Comments. Und ihr wisst Bescheid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.